Hallo und herzlich willkommen zum finale Kampf mit Liquid Snake, Snake, Solid Snake gegen Liquid Snake. Was wir machen müssen, ihn an-, also zusammenschlagen und das alles. So wie beim Ninja, was wir gegen ihn hier entführt haben. Aber der ist leichter, finde ich, dass Liquid so leicht ist, hätte ich auch früher nicht gedacht. Naja, der ist viel leichter als der Ninja, finde ich. Und dann muss man nur Suyun rennen und ihm zusammenschrauben. Na! Bam, Alter! Wo man ihn nicht angreifen kann, wenn der uns angreifen will. Dann kann man ihn nicht angreifen. So, ansonsten ist der Gatschlauch. Bam, in die Fresse. Au! Bam! 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 Und Tschüss, Mann! Ey! Häng mir nicht weg! Und Tschüss, Mann! So, das dauert nicht lange und er ist fertig. Wenn er nicht stauernd runterfällt. Und er hat nicht mehr viel Leben. Ja! Na! Na! Komm her! Der hat nicht mehr viel Leben. Ja! Na! Na! Bäm! Schon wieder runtergefallen. Also, ungekippt. Wenn der da steht, dann ist das gefährlich für ihn. Ja, ich kann nichts dafür. Au! Au! Oh! Das ist das Ding. Dafür stirbst du einfach. Noch einen Schlag in die Fresse und das war's nicht mehr. Komm her! Aua! Oh, jetzt teilt der aus. So, das war's. Der ist fertig. Wir haben einen Schlag in die Fresse. Die Fresse zu gestalten. Dann würde ich nicht nachbelầnen. Ja. Oh, das war's. Ich weiß. Ich weiß. Was geht? Da, das ist nicht. Du bist. Geh! Ha! SNAKE! Meryl! Meryl! SNAKE! SNAKE! Is that you? SNAKE! You're alive! Thank God! Meryl! Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl, you must have been terrible. It wasn't that bad. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But... I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held onto. And that hope kept me alive. And that hope kept me alive. SNAKE. I wanted to see you again. Meryl. BEEP. BEEP. Das ist mein Kodeck. Snake, es ist mir. Es sieht aus, dass du Rex stoppst. Otacon, gute Nachrichten. Meryl ist okay. Okay, du hast ihn, Mann. Gut, gut. Ich habe ein paar Schmerzen, auch. Wir sind um, um zu verabschieden. Oh, Mann. Ich denke, wir sind auszudränglich. Ist es ein Weg aus hier? Ein Weg aus? Ja, du kannst den Tunnel zur Verfügung stellen. Es ist ein Parking Garage neben dir. Der Tunnel leads von dort zu der Verfügung. Die Tür in front? Nein, es ist ein kleiner Entrance zu dem Westen von der Tür. Wie geht es die Sicherheit? Ich habe es gerade verabschiedet. Wer ist das, du bist du zu sagen? Ich habe es gerade verabschiedet. Ich werde die Sicherheit in der Tür. Ich werde die Sicherheit in der Tür. Ich werde es auch in der Tür. Ich werde es auch in der Tür. Ich werde es hier sein. Du bist verrückt? Ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um zu verabschieden. Aber... Unlocken die Tür in der Tür ist eine schwierige Arbeit. Nur ich kann es tun. Otakon! Ich werde es hier bleiben. Es ist meine eigene Entscheidung. Otakon, das ist ein hartes Geheimnis. Aber sie werden eine nückelige Bombe zu verabschieden. Es wird nicht behalten. Ich bin durch den Vergangenen des Vergangenen. Leben ist nicht alles um Verabschieden, du kennst. Ich bin ein Mensch, jetzt. Ich habe ein Grund, um zu leben. Gut. Nicht sterben auf mich. Gleich auch mit dir. Geh vor Meryl, okay? Ich werde. Okay, ich muss gehen. Ich versuche, ich werde etwas über deine Reise zu machen. Danke. Danke. Oh, das ist schön. Ich glaube in dir. Danke, Snake. Danke. Ich werde es hier raus. Was ist er? Wo ist Otakon? Er ist... ...verteilt gerade jetzt. Mit seiner alten Verlangen. Er ist der Mann, der will er sein. Er ist...verteilt für uns, auch? Ja. Und ich will es nicht in vain sein. Me, too. Snake. Meryl. Es hat angefangen. Ich muss schwer sein. Es sieht aus, dass wir keine Liebe haben. Es sieht so aus. Es ist zu schlecht. Wir sind weg. Wir sind weg. Es ist weg. Wir brauchen ein paar Kleine. Es ist meine Schnauze. Es geht um! Es geht um! Es sieht gut aus, Snake. Es sieht gut aus, Snake. So, jetzt geht's los. Ja, genau. Oh, das geht auf Zeit. Also Bewegung. Lass mich fahren. Ja, ich lass dich fahren. Ja, ich lass dich fahren. Verdammt, was ist deine Balance-Kamera? Weil sonst... Ey, das ist eigentlich schon etwas unlogisch. Das stürzt hier alles rein, es wird bombardiert. Und die versuchen uns jetzt auch... um sie jetzt umzubringen, obwohl sie sich selbst retten sollten eigentlich. Ich bring ihn erstmal nicht um. Ich kann ja gar nicht umbringen. Ich brauche dich nicht. Okay, los! So, ich steig rein. Ich steig rein. Ich steig rein. Ich steig rein. Und jetzt kann er sterben. Oh, man! Oh, und los geht's. Okay, das geht. So. So. Über den... Jetzt haben wir ein bisschen Probleme gleich. Da kommen noch andere. Deswegen halte ich meine Waffe so. Wenn ihr gleich sehen, warum. So, ob das oder dann... Das klappt. Ich guck dir jetzt die Wand an. Weil sie muss gleich so... Ja, wirklich fahren! Aber... Oh man, ja. Ich muss ja nicht wissen, dass wir uns wieder fänden. Aua! So, und nur noch die drei. Und nur noch zwei verreden. Aber ich guck doch lieber dahin. Dann könnt ihr wenigstens mal die Strecke sehen. Also da ist nichts, ob das Archivist ist. Achtung! Aua! Uh! Und die letzte Bombe auch. Uh! Ah, ne. Das wird nicht. Und erstmal Stopp machen. Ich mach mal hier einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Oder... Ne. Ich mach noch keinen Cut. Das heißt, ich hab noch genug Zeit. Ich mach halt 20 Minuten dann. Aber später mach ich einen Cut, wenn alles vorbei ist. Ihr werdet schon merken, wann... Ja, Liquid ist noch nicht tot scheinbar. Aber gleich ist der tot, wenn er so weiter läuft. Dann kann ich ja drauf! Dann kann ich ja noch mit dir was, okay. Ja, mit dir was ich. Aua, fuhr ich euch ihr was, genau. Aua! Aua! Eih, Schöpfer, dann kann ich auf mich in dir, dann kann ich denne Kreis nicht mehr. Abelift nur. Das war's, wir hören uns nicht mehr, deswegen verabschiede ich mich. Das war's, wir sehen uns nicht mehr, wir sehen uns nicht mehr. Das war's, wir sehen uns nicht mehr, wir sehen uns nicht mehr. Wir sehen uns nicht mehr. Wir sehen uns nicht mehr, wir sehen uns nicht mehr. Wir sehen uns nicht mehr, wir sehen uns nicht mehr, wir sehen uns nie mehr. Meryl, bist du okay? Damn. Snake. Snake! Fox? Die. Die. IFTT 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 Wenn er tot ist, das bedeutet ... Nicht sagen es, Snake. Was ist mit der Ayr-Raid? Keine Bombers in sight. Snake, kannst du mich hören? Colonel! Bist du okay? Colonel, was ist passiert? Der Sekretär der Defense wurde verabschiedet. Early retirement. Verabschied? Ich konnte in Kontakt mit dem Präsidenten. Metal Gear, das Training, alles. Es war der Sekretär der Defense, alleine. Ich bin alleine. Ich bin alleine. Was ist passiert mit der Ayr-Raid? Und den Nukleer? Die Orden wurden verabschiedet. Die F-117s und die B-2-Bombers haben zurückgebracht. Mal wieder, ich habe die Aufmerksamkeit über diese Operation. Ich verstehe. Washington ist nicht wunderschön genug, zu nutzen die Nukes, um ein paar Sekretärer zu verabschieden. Ich wundere über das. In jedem Fall, das Problem ist vorbei. Danke, Snake. Colonel, du kannst ruhig. Meryl ist gut. Really? Danke. Danke, Snake. Snake. Ich bin froh, dass ich viele Dinge aus dich verabschied habe. Es ist okay, Colonel. Snake. Ich bin kein Colonel. Oh, das ist wahr. Ich habe ein Pferd für dich. Es gibt ein Pferd für dich. Mei-Ling sah auf den Satelliten. Dieses Jahr, die Glacier sind ziemlich kalt. Du solltest du direkt aus da. Ich glaube, die D.I.A. und die N.S.A. nicht erwartet, dass du nach Hause zurückgebracht hast. Me neither. Ich hätte besser nicht sehen, dass du da bist. Keine Angst. Du schiefst auf das. Du schiefst, nach deinem Jeep in den Ozean. Das ist nicht weit von der Wahrheit. Es gibt auch ein Helikopter für dich auf den Fox Islands. Dr. Hal Emmerich sollte irgendwo auf der Basis sein. Ich will jemanden, ihn zu bringen. Ich verstehe. Ich lasse es mit mir. Okay. Roy. Du solltest du okay sein? Keine Angst. Ich habe eine Verpflichtung. Eine Kopie von Me-Ling. Ein Buchesbuch von allen Daten der Me-Ling. Als ich das habe, du, ich und Me-Ling sind gut. Die Batterie auf diesen Nanomachinen wird bald rausgekommen. Sie werden uns nicht möglich. Ich glaube, dass wir wiedersehen werden. Keine Angst. Ich versuche dir eine Veranstaltung. Ich versuche dir eine Zeit. Wirklich? Ich freue mich auf das. Roy. Sag mir eine Sache. Was? About Foxdye. Meryl wird gut. Sie war nicht in ihre Programme. Was für mich? Sie hat Liquid. Naomi hat gesagt, sie will sie mit dir sprechen. Wie ist sie? Sie ist nicht. Me-Ling ist mit ihr jetzt. Ich gehe mit Naomi. Snake. Ich bin ich. Naomi? Ich habe gehört. von meinem Bruder. von meinem Bruder. Fox. Nein. Frank. Ich wollte dir etwas sagen. Er hat mir gesagt, dass du ihn vergessen hast. Und zu gehen mit deinem Leben. Frank. Das hat er gesagt? Ja. Er hat auch gesagt, dass er immer dich liebt. auf dich. Naomi. Naomi. Ihr Bruder hat nur dich, mich und den ganzen Welt. Er hat mit der Wille gewählt, bis zum Ende. Vielleicht. Vielleicht hat er endlich gefunden. Mein Bruder ist bereits zu sterben. Seitdem er mit dich in Zanzibarland war, ist er wie ein Geist. Ein Geist. Ich bin für einen Ort, um zu sterben. Naomi. Der Liquid hat auch von der Vox zu sterben. Was für mich? Wann werde ich gehen? Das ist mit dir. Was bedeutet das? Jeder stirbt, wenn der Zeit ist. Ja. Wann ist meine Zeit? Es ist mit dir, wie du den Zeitpunkt hast. Ich bin für dich. Live, Snake. Das ist alles, ich kann dir sagen. Ich bin für dich. Die Person, die aus dem Leben ist mit ihrem Geist. In ihrem eigenen Genetischen Code. Ingenültet in ihren Genen. Ingenültet in ihren Genen. Aber das ist nicht alles, was ich für Leben war. Ich habe endlich die Begründung. Ich habe das gesagt. das Grund, warum ich in Genen und DNA interessierte. Ich wollte wissen, wer ich bin. Where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was. Who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the Genome Soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that its genetic information houses a person's strengths or destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. I'm a snake. Whether you've been programmed or not isn't important. The important thing is that you choose life. And then, live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm gonna choose life, too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from now on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to what will come. All life is tethered to the future. Loving each other, teaching each new generation, then the world can change. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Look, I found this. Let's keep it, as a reminder. Of what? A reminder of a successful mission? Or a reminder of the first time we met? A reminder of how to live. Huh? Until today, I've lived only for myself. My survival instinct. That tells me not to die. That's all the motive I've had in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name is David. Okay. So where to, Dave? Hmm. I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. Hey, what are those? Caribou. To the Aleutians, the Caribou is a symbol of life. It'll be spring year soon. For us too. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time. But Alaska has never looked more beautiful. The sky. The sea. The sea. The caribou. And most of all... You. That's nice, isn't it? Being alive. Come on. Let's enjoy life. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Come on.